Ein weiterer wichtiger Punkt, wo dieser Leitsatz Veränderungsschaft halt noch einmal sehr konkret wird, ist die Produktion von kritischer Infrastruktur. Also es geht über die Industriepolitik hinaus, Medizin oder denken Sie an die 5G-Debatte, digitale Techniken, die unsere kritische Infrastruktur steuern und schützen, müssen ebenfalls in Europa produziert werden können. Da kann nicht der Weltmarkt darüber entscheiden, wie resilient, wie krisenfest eine Gesellschaft ist. Die Rolle von Europa wird enorm herausgearbeitet in diesem Grundsatzprogramm und die Krisenfestigkeit von Europa hängt im Wesentlichen daran, wie stabil die Finanzströme in Europa sind. Wir schlagen vor, den Euro zu einer Leitwährung auszubauen, einer Leitwährung, in der auch andere Staaten ihre Devisen beispielsweise anlegen. Das werden sie nur tun, wenn der Euro nicht eine Krisenwährung ist. Er braucht eine eigene Möglichkeit, sich in Märkten zu verschulden. Er braucht eine eigene Fiskalpolitik. Dieser Schritt von Europa zu einer Währungsunion, zur Vollendung der Währungsunion, zu einer Finanz- und Währungsunion, zu einer fiskalpolitischen Union, ist der nächste Schritt, den wir wollen. Und der zieht natürlich eine parlamentarische Kontrolle, eine demokratische Kontrolle, Nachsicht. No taxation without representation, ja der alte Grundsatz der Demokratie, macht daraus folgerichtig den nächsten Schritt, der dann, so schlagen wir es vor, in der Finalität eine föderale Europäische Republik beschreibt.